Zu Beginn richten wir unsere Aufmerksamkeit auf unseren Körper. Wir wollen unseren Körper an den Stellen entspannen, wo wir noch Verspannungen feststellen. Wir spüren unsere Beine und entspannen diese. Wir spüren unseren Po, wie er im Kontakt zur Sitzunterlage uns Halt schenkt. Unseren Rücken halten wir gerade und entspannt. Wir können spüren, wie durch unsere aufrechte Körperhaltung die Energien besser fließen. Dies allein macht unseren Geist wach und klar. Unsere Schultern sind gerade und entspannt. Wir ziehen sie weder an, noch lassen wir sie schlaff hängen. Die Hände können wir im Schoß halten. Mit den Handflächen nach oben liegt die rechte in der linken. Oder wir legen die Hände auf die Knie auf. Unser Kopf ist gerade und gleichzeitig leicht nach vorn geneigt. Unsere Augen halten wir leicht geöffnet. Unser Blick richtet sich vor uns nach unten, ohne dass unsere Augen etwas fixieren. Nach Belieben können wir sie vorerst auch geschlossen halten. Wir entspannen unsere Gesichtsmuskeln. Abwechern sehen wir uns nach oben. Untertitelung des ZDF, 2020